Derzeit bringe ich zwei Lagen auf meiner Steinbruchband hier auf. Ich habe das hintere Teil hier schon erledigt. Ich muss jetzt hier weiter machen und breche mir dazu mal ein ganzes Stück ab. So, dann muss hier an der Modulgrenze, nein an der Segmentgrenze stehen bleiben. Da habe ich richtig Mist gebaut, brauche ich ein neues Stück. Dann gebe ich jetzt mal eine Rei, zwei Lagen auf einen Seite von einer S Hallin und dann noch eine Salle, die ich habe, also jetzt kann ich noch nicht mehr als eine Salle der Lagen zu werden. Ich muss hier über 20 cm arbeiten. Ich bekomme jetzt die Salle der Zmalen. Ich muss hier durch die Salle der Zmalen machen, dann wird sich jetzt wieder auf die Salle des Lagen fest. Ich habe euch jetzt auchぐらい eine Salle des Lagen. Ich muss hier auf das Lagen mal aufbeizt werden. Ich muss hier auf die Salle des Lagen zu müssen. Na, das passt doch eher. Na, das passt doch eher. Das passt doch sehr gut hin. Na, das passt doch. Na, das passt doch. Okay. Jetzt kann ich hier noch ein Stück verwenden. Okay. 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 So, da kann auch eingeschmiert werden. Und dann habe ich die CPLA auf diesem linken End-Segment zum Glück auch schon hinter mir, wobei es schon relativ ist. Das hat hier durchaus lange Zeit gedauert. Jetzt brauche ich jedenfalls wieder so ein ganzes Stück. Okay. So, okay. Okay. So. 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 Vielen Dank. Und da oben drauf kann so ein abgekniffenes Stück. Vielen Dank. Da ist dann schon mal die erste Serie Ballast dran. Und brauche ich wieder neue ganze Stücke. 15, 15, 20, 25. 15, 15, 20, 25. Aber die werde ich wohl erst beim nächsten Mal verkleben können.